Der Sinus- und der Kosinussatz, ja, das wird jetzt etwas sein, was euch das ganze Zehntglas-Abschlussjahr begleitet. Das ist nämlich etwas, was in allen Dreiecken gilt. Bisher war es ja so, dass wir immer nur einen rechtwinkligen Dreieck, Sinus, Kosinus und Tangens, anwenden konnten. Aber jetzt werden wir eine Formel zeigen oder mehrere Formeln sehen, mit denen wir das Ganze in nur einem ganz normalen Dreieck anwenden können. Ihr seht hier, ich habe einen Dreieck mitgebracht, das hat keinen rechten Winkel. Aber um eben auf diesen Sinus- und Kosinussatz, oder zumindest auf den Sinussatz zu kommen, zerlege ich das jetzt mal in zwei Dreiecke. Und zwar welche, die rechtwinklig sind, dann kann ich nämlich das ja, was ich bisher kenne, Sinus von Alpha, Gegenkathete durch Hypotenuse zum Beispiel, mal anwenden. Das mache ich jetzt gleich auch mit dem Alpha. Das passt eigentlich ganz gut, denn die Gegenkathete ist HC und die Hypotenuse ist B, kann ich in Relation setzen. So, warum mache ich das? Ich versuche das Gleiche jetzt auch in diesem Dreieck hinzubekommen. Um dann HC zu eliminieren, ich zeige euch gleich, was das bedeutet. Ich nehme in dem Fall den Sinus von Beta. Wieder Gegenkathete durch Hypotenuse, das passt auch wunderbar. Beide Strecken haben wir zumindest hier mal mit einer vollen Länge gegeben. Die da unten, die beiden Strecken, die gingen ja nicht. Also Sinus Beta ist gleich HC durch A. So, was heißt das Ganze? Hier haben wir ein HC und hier haben wir ein HC. Wenn wir HC ist gleich schreiben könnten, dann könnte man tatsächlich das HC eliminieren. Nämlich, dann könnte man das, was dann auf der anderen Seite da vorne steht, gleichsetzen. Ich zeige es euch kurz. Wir bringen das HC jetzt so hin, dass es allein steht. Also multiplizieren wir hier mit B. Dann steht dran, HC ist gleich Sinus Alpha mal B. Also ich habe bloß das B rübergebracht. Hier das Gleiche. Ich bringe das A rüber. Jetzt habe ich HC ist gleich, HC ist gleich. Jetzt kann ich es eliminieren, indem ich einfach das Gleichsetzungsverfahren anwende. Also das da auflösen und einfach das, was rechts davon dran steht, zusammenfassen. Sinus von Alpha mal B ist Sinus von Beta mal A. Und siehe da, wir haben theoretisch eine Formel, die in diesem kompletten Dreieck gilt. Denn Alpha, Beta, A und B, das sind die Seiten in diesem Dreieck, das aber nicht mehr rechtwinklig ist. Und wenn wir diesen Satz noch etwas umformen, dann kommen wir auf den sogenannten Sinussatz, so wie er auch bekannt sein wird. Ich habe quasi noch das B auf die andere Seite gebracht, geteilt durch B gerechnet. Und A auf die andere Seite gebracht, geteilt durch A gerechnet. Sinus Alpha durch A ist Sinus Beta durch B. Und den hinten, den Zusatz, der ergibt sich, den könnte man auch noch beweisen. Man müsste nur eine andere Höhe einzeichnen. Dann kann man genau das Gleiche auch noch beweisen. Heißt nichts anderes, wenn ich einen Winkel Alpha und einen Winkel Beta und eine Seite A habe, kann ich in jedem Dreieck die Seite A berechnen. Es ist nur abhängig von insgesamt vier Größen. Also ich kann natürlich den hinteren Teil weglassen, dann brauche ich Alpha, Beta und B, um A zu berechnen. Oder ich kann den vorderen Teil weglassen, dann kann ich Beta, Gamma und B, mit denen drei Größen, kann ich dann C berechnen. Also ich brauche in dem Fall vier Größen. Beim Sinus und Cosinus und Tangens waren es immer nur drei Größen. Ja, und das ist der sogenannte Cosinussatz. Den zeige ich euch jetzt nicht, wie das funktioniert oder wie der hergleitet ist. Den müsst ihr euch nur auswendig merken. Diese Zusammenstellung schaut etwas komisch aus, schaut ein bisschen nach Pythagoras aus und tatsächlich hat es auch etwas damit zu tun. Das kann ich euch per Gelegenheit nochmal erklären. Wichtig ist immer das, was vorne und das, was hinten steht, muss zueinander passen. Also in dem Fall die Seite C und der Gamma, die müssen zusammenstehen. Das heißt, C² ist gleich A² plus B² minus 2AB mal Cosinus Gamma. Das und das ist immer das Wichtigste. Und dazwischen sind dann quasi die anderen beiden Seiten, A und B, beides mal im Quadrat summiert, minus 2 mal AB mal Cosinus Gamma. Aufpassen, dass das natürlich ein Produkt ist und Punkt vor Strich beachtet werden muss. Also diese beiden müssen zusammenpassen, C und Gamma. Die passen deswegen zusammen, weil die Seite C dem Winkel Gamma zusammenlegt. Ich kann das Ganze aber auch anders anordnen, nämlich indem ich einfach mit A² anfange, dann muss aber auch hinten der Alpha stehen. Und dann sind natürlich die anderen beiden Seiten gefragt. B² plus C² minus 2BC mal Cosinus Alpha. Und dementsprechend gibt es natürlich auch noch eine dritte Möglichkeit. Ich kann mit B² anfangen. Dann, ich schreibe das mal noch nicht hin, hier steht B², dann muss hier A² plus C² stehen, minus 2AC mal Cosinus Beta. Denn es ging ja um B². Und mit der Formel kann ich jetzt auch wieder nach bestimmten Größen auflösen. Das zeige ich euch dann noch an der Beispielaufgabe, wie das funktioniert. Für das Erste, ja leider solltet ihr diese Formeln auswendig können. Aber ich werde euch dann gleich in dem Video noch zum Dorfuchs verlinken. Der wird euch dann noch das Ganze vorsingen, wie man sich diese Formeln am besten merkt.